moin leute herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play nerim ja in der letzten folge haben uns ja hier in der arena eingeschrieben und haben schon einige kämpfe bestritten ich würde sagen damit fahren wir auch jetzt erstmal weiter fort so ein neues kämpferpaar des gelben teams steht bereits genau zusammen mit kim sind wir hier in der arena ich kann mich nur noch erinnern das waren viele kämpfe die wir bestreiten müssen ich glaube auf jeden fall viel deutlich mehr als in vanilla arena in ob sie gehen immer wieder nicht so auf die pälle das war's selbst kim feiert hiermit das war ein fein in der schulter wir merken schon deutlich wenn wir unsere setrüstung nicht tragen wir generieren viel langsamer magie so die beiden kämpfe sind vernichtet ich erhielt meine belohnung weil go bietet jetzt wieder neue verbesserte arena rüstungen zum verkauf an ja perfekt dann würde ich sagen was möchtet ihr kaufen aber gar nicht überreden ach egal ist eigentlich auch wurscht so wir haben jetzt was für ein gewand haben wir denn jetzt gerade hier an das verbesserte leichte arena gewand und dann das hochwertige leichte arena gewand so dann verkaufe ich mal das alte habe ich auch ein paar pfeile abbekommen so wo ist es da dann machen wir mal einen quick save und los geht's in den nächsten kampf es ist wieder zeit ein untier in die arena zur strecke zu bringen bei einer zeit in dem wir hier in arena kämpfen da wird wieder ein bisschen zeit bis wir die kallus zurück gehen können erkehren können was ist das denn bergriese wir gehen immer wieder auf kim das finde ich echt witzig ich bin mir nicht sicher ich glaube kim sollte man glaube ich nicht dabei haben glaube ich weil ich glaube die macht mir meine statistiken kaputt mit teammitglieder verloren etc aber ist egal so wichtig ist mir jetzt aber auch nicht oh wir kriegen schon 600 gold mittlerweile der riese ist gefallen und damit ein weiterer kampf erledigt so die blutigen spiele gehen weiter das gelbe team will es wieder wissen die kämpferanzahl wurde erhöht ein 4 gegen 4 kampf steht an ok naja 5 gegen 4 eigentlich mit kim zusammen ja wobei wir sind auf eis 5 leute hier oh ja ja ist eigentlich ein hektisches gerammel hier ehrlich gesagt oder nicht gelähmt super ich liege gelähmt am boden Kim ist bewusstlos. Wer kämpft denn jetzt hier noch? Da ist einer von uns. Da. Jawoll. Oh, guck mal noch welche. Hier gehen die auch alle auf, Kim. Das ist extrem witzig. Ja, die gehen alle auf, Kim. Oh, Mann. Wir kriegen zum Teil auch ziemlich auf die Schnauze. Da müssen wir echt mal ein bisschen aufpassen. So, die Schlacht ist geschlagen. Das gelbe Team, oder das gelbe unterlag dem blauen Team. Es folgt ein weiteres 4 gegen 4-Gemetzel. Naja, 5 gegen 4. Oh, ja. Oh, na, na na. Alter, das ist viel zu chaotisch. Ah, der hat die Kinder gestreckt. Gott, das ist viel zu chaotisch hier, die Kämpfe, finde ich. Was macht der Anhänger des Schöpferkuls hier drinnen? So, das blaue Team war siegreich wie eh und je. So, vier weitere Kämpfer des gelben Teams warten in der Arena. Das blaue Team stellt die gleiche Anzahl. Hey, was macht ihr hier drinnen? Hab doch wohl kein Kopfgeld oder so bekommen, oder? Und von mir zwei Punkte habe ich. Ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich ausgesehen gerade... Ja doch, ich habe einen von unseren eigenen Teammitgliedern gerade getroffen. Ich weiß nicht, kam deswegen gerade die Wache? Wollte die mich festnehmen? Oder weswegen? Oh Gott, Leute, was ist das hier für ein Durcheinander? Nein, es ist echt... Ich weiß ja nicht. Außer, die ignorieren mich ja fast alle. Die rennen alle hinter den anderen her. Ich fühle mich ein bisschen ignoriert hier. Alles ging zwei auf mich. Toll, ich treffe natürlich nicht, wo ist der Doch Also ich weiß nicht Also die Kämpfe sind mir hier etwas zu hektisch und zu chaotisch Ich weiß nicht, vielleicht soll ich doch Kim lieber hier lassen Haltet ein, ihr habt euch eines Verbrechens schuldig gemacht Entweder zahlt ihr das Kopfgeld, das auf euch ausgewiesen ist Oder ihr geht ins Gefängnis Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Du warst doch gerade eben da Ich habe dich gerade angesprochen und da meinst du gar nicht Sag mal Hier Arschloch Oh man Auch diesen Kampf wünscht das blaue Team für sich So, 4 gegen 4 heißt das noch in der Arena von Ostjan Keine Zeit, ich bin im Dienst Ja, dann verschwinde mal zu deinem Dienst Willst du, dass ich mit dir Schade Sag mal, dass sie weggehen soll Ich weiß nicht Weil sonst greifen die ganzen Team die ganze Zeit Kim an Das ist auch da auch nicht gut Ich weiß nicht, sie ist auch da auch nicht Was ist die groß? Okay, bleibt jetzt hier stehen glaube ich. Aber warte mal, sollte jemand kurz mitkommen, nicht dass es einen Bug gibt. Ja, warte mal. Warte mal, ich geh mal kurz, ich muss mir die Belohnung erst mal entgegen. Der Kampf ist geschlagen, das blaue Team war siegreich. Warte mal, Kim soll mal kurz mitkommen. Geh mal kurz raus, dass die da kurz mal mit da rausspawnt, dass diese Tür da rausspawnt. So jetzt, Kim, jetzt gehen wir wieder rein. So, dann warte am besten einfach mal hier. Schade. Warte einfach bitte mal hier, Kim. So, ein Kampftiel an, die Kämpferausstellung bleibt unverändert. Geh mal. Geh mal. Oh, ich hab ja einer von unseren Leuten gekillt. So, Sieg für das blaue Team. So, erneut ziehen vier Kämpfer des gelben und des blauen Teams in die Arena ein. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das noch weiter vorlesen soll. Das ist mehr oder weniger eigentlich immer das Gleiche. So, ich weiß gar nicht, ob ich das noch weiter vorlesen soll. Oh, Mensch Leute. Warum dürfen die eigentlich ihre normalen Sachen anhaben? Wenn wir hier die Arena-Kleidung tragen dürfen, sollen. So, das Rebeteam konnte nicht bestehen. Eine Gruppe abtrünniger Sternlinge sucht in der Arena von Ostian eine Herausforderung. Vier sind jetzt an der Zahl. Sternlinge, okay. Schicke Brille auf, der Typ da. Ja, echt schicke Hüte und Helme auf. Jetzt haben schon gerade zwei Teamglieder verloren. So, das geschickte Sterlinge konnte in diesem Kampf nichts ausrichten. Das blaue Team bleibt ungeschlagen. So, ja, 4 gegen 4 wie gehabt. Dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen zum Bogen. Ja, kämpft doch gegen die Leute. Was hier steht mit oben vor dir rum? Aber was machen die denn? Ja. Ja. Na ja, ich glaub ich bleib der wie bei meiner Waffe. Ah und die Haschling hat sich verbessert Ich glaube hier wäre es besser Wenn wir wirklich bei unserem Schwert bleiben Erstmal So 30 Kämpfe in Folge gewonnen Für das blaue Team Cool Ich frage mich wie viel es gibt Ja keine gerade so Überraschungen Also ganz normal wie immer 30 Arena Kämpfe haben wir jetzt schon hinter uns Ich weiß nicht ich glaube es gab 50 oder so Das heißt wir haben noch gut 20 vor uns Ja auch geschafft Also wenn es wirklich 50 Kämpfe war haben wir noch einiges vor uns Das blaue Team hat gewonnen Ja 4 gegen 4 wieder Ja 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 Gut, gut, gut. Hat ja wieder einen von uns mal wieder gekillt. Das Nachteil ist ein Bereich zauber. Ja, wir haben gewonnen. Elf Kämpfe ist es her. Jetzt ist es wieder soweit. Ein Untier wartet in der Arena. Okay. Ja gut, ein bisschen Abwechslung gibt es ja. Es gibt einige, so zwei, drei, vier, fünf Kämpfe. Ähm, ganz normal. Und dann kommt wieder so ein großes Vieh. Oder manchmal irgendwie auch so Sternlinge oder sowas dergleichen. Also ein bisschen Abwechslung wird ja geboten, auf jeden Fall. Ach, die Scheiße macht er jetzt manchmal kein Schaden an denen. Ja, wir müssen für den Platz hier. Oh Gott, sie sind extrem groß. Aber wir können eigentlich auch mal ein paar Gifty benutzen. Äh. Okay, was ist da denn? Kann ich mal treffen, wird auch mal ganz gut. Was mit dem Typen hier eigentlich? Warum steht der eigentlich hier die ganze Zeit rum? Upsala. Die ganze Zeit rum. So, wir konnten das Meeresuntier bezwingen. Ein neuer Kampf in der Arena wartet. Um die Verluste des gelben Teams auszugleichen, wurden neue Rüstungen gefertigt, die an das gelbe Team ausgegeben wurden. An den Rüstungen des blauen Teams wurden vorerst keine Verbesserungen vorgenommen. Ja toll, es war voll unfair hier. Hallo? Hallo? Ich kann eigentlich mal kurz noch mal meine Ausrüstung reparieren. Und ich würde sagen, wir haben hier Federzauber. Ja komm, wir sagen, wir machen das erstmal auf die 8. Genau, hier so ein Gift einfach mal kurz lange drauf. Ja. Begiften wir mal unsere Waffe. Ernsthaft? Wir sind nur zu zweit? Was war der Blödsinn denn? Okay, wir sind auch nur zu zweit. Was ist das denn? Scheiße, die hat extrem viel aus jetzt. Alter, ist das euer scheiß Ernst, ey. Das ist eigentlich schon ein bisschen zum Teil fast schon unfair, ey. Ach toll, ich bin gegen die scheiß Spitzen gelaufen. Nicht gut. Ja, ich bin dagegen gelaufen, deswegen bin ich gestorben. Ich bin einfach mal an, wie die war einfach an, wie die einfach an mir vor der Lauf, ne? Das ist echt witzig. Was sind Sie? Oh! Ja. 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 toll hat der typ mich auch noch gelähmt aber das trifft mich nicht ja jetzt viel wie gelernt sein war toll und wieder gelähmt alter dein ernst jetzt oh man okay der kampf war etwas schwieriger doch ich glaube ich nehme doch noch mal Kim mit ja komm komm du kommst doch noch mal mit so das gelbe team konnte nicht bestehen oh jetzt krieg ich sogar schon 800 gold so die drei kämpfer des gelben teams mit zum teil verbesserte rüstung warten in der arena ja plus noch andere gefangene oben oder so in den käfigen oben das finde ich auch ein bisschen unfair die kriegen auch von oben dann hilfe die dann feindlich sind und wenig ich weiß nicht wie die ganze arena ist da oben warten sie mir schon wieder die ganze arena ist zwar cool aber auch zum teil ein bisschen unfair gegenüber dem anderen team ist alter vor allem ist das so ein verdammtes durcheinander hier kann ich nochmal kurz nochmal hier vergiften der nachteil ist halt Kim geht wieder auf meine teammitglieder los so unser kampf ist geschlagen 1000 gold sehr gut 3 gegen 3 in der arena von ostian 1 Das war's. Hat Kim gerade Müse auf mich gecastet oder was hat die da gemacht? Wieso kämpfst du schon wieder mit deinen Fäusten? Oh, da ist schon... Ah, bestimmt schon vorbei. Das blaue Team ging ein Sieger hervor. Gut, aber ich würde sagen, ich mache glaube ich noch ein, zwei Kämpfe. Vier Kämpfer, es geben Teams warten in der Arena auf uns. Oder machen wir einen Kampf noch, würde ich sagen, dann beende ich die Folge. Ich soll noch mal kurz giften. Boah, es giflt immer mehr hier, ne? Geh mal, Alter. Oh ja. Oh, ich habe keine Gifte mehr. Oh ja. So, auch geschafft. So, das blaue Team wurde ... Boah, das kriegt schon 2000 Gold, geil. Gut, aber ich würd sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, dann machen wir weiter Arena-Kämpfe. Bis dann, meine Freunde.